Servo Leute, Joshi hier und nachdem wir gerade eine epischste Mission abgeschlossen haben, gucken wir uns jetzt wahrscheinlich die Cutscene an. Bis gleich. Aber erstmal ein epischsten Ladescreen. Java wirklich, äh, das war, äh, das war, äh, äh, das war, äh, äh, das war, äh, cutscene-mäßig. Scheiße! Scheiße! Freutzt du, wir sind inzwischen! Befehl widerrufen! Steht auf, halt! Das war's für heute. Das war's für heute. Der letzte, den ich hier erwartet hätte. Jungs, ich unterbreche nur ungern, aber unsere Freunde werden unruhig. Danke für die Rettung, aber ich hoffe, Sie kommen nicht allein. General, Sie wissen doch, ich hab immer eine andere Dame. Sie sind zwar ein verdammter Pirat, Rainer, aber die Rettung meiner Jungs werde ich Ihnen nicht vergessen. Alles im Service inbegriffen, General. So, da sind wir auf Char. Ja, und ich glaube, jetzt geht's tatsächlich fast schon dem Ende des Spiels zu, wenn ich das richtig sehe. Was können wir denn noch machen? So, damit würde ich mal sagen, was können wir hier noch was anklicken? Was macht der Arm-General? Hm, verdammtes Gift. Ich habe diesen Weicheiern von Sanitätern gesagt, dass sie meinen Arm abhacken sollen, damit ich wieder an die Front kann. Trotzdem, ich bin immer noch nicht einsatzfähig. Sie haben hier jetzt das Kommando. Verstanden. Ich weiß, das fällt Ihnen nicht leicht. Leicht? Söhnchen, ich habe es leicht im Gegensatz zu euch. Um den Hauptschwarmstock zu erreichen, müsst ihr euch... Salve, Leute! Yoshi hier. Kurz nach dieser Kapitän, beziehungsweise direkt in einer ganzen Mission, ist mir das Spiel abgeräucht. Deswegen nehmen wir uns jetzt die Zeit und gucken mal ein bisschen, mit welchen Leuten wir labern können. Tschau sie. Laden und entsichern, Jimmy Boy. Oh ja. Na ja, dann gucken wir mal. Hätte nicht gedacht, dass ich je wieder in diesem Höllenloch landen werde. Oh, das hätte keiner gedacht. Aber es ist passiert. Hey! Was macht der Arm-General? Hm, verdammtes Gift. Ich habe diesen Weicheiern von Sanitätern gesagt, dass sie meinen Arm abhacken sollen, damit ich wieder an die Front kann. Trotzdem, ich bin immer noch nicht einsatzfähig. Sie haben hier jetzt das Kommando. Verstanden. Ich weiß, das fällt Ihnen nicht leicht. Leicht? Söhnchen. Ich habe es leicht im Gegensatz zu euch. Um den Hauptschwarmstock zu erreichen, müsst ihr euch entscheiden. Entweder ihr schaltet die Bodentruppenverstärkung oder die Luftunterstützung aus. Für beides bleibt nicht genug Zeit. Keine Sorge, General. Ich werde mich um die Zerg kümmern. Gehen Sie so schnell wie möglich zurück auf das Schiff und lassen Sie sich versorgen. Das ist ein Befehl. Oh ja, das ist ein Befehl. Und dann gucken wir uns jetzt mal an, was wir hier machen können. Dank Ihnen haben wir unsere Landezone sichern können, Commander. General Warfield meint, dass unter den gegebenen Umständen ein Angriff auf den primären Zerg-Schwamm Selbstmord wäre. Deswegen brauchen wir ein Ablenkungsmanöver, das die Zerg-Streitkräfte beschäftigt und uns die Gelegenheit verschafft, die wir brauchen. Okay, dann legen wir los. Weißt du, ich habe nachgedacht. Das macht mir mehr Angst als die Zerg. Wir müssen diese Nydos-Würmer ausschalten, bevor wir den Hauptschwarmstock angreifen können. Wenn die Zerg wann immer sie wollen aus dem Boden schießen können, ist das unserer Gesundheit und unserem Wohlbefinden nicht gerade förderlich. Wir könnten Sprengladungen anbringen. An den richtigen Stellen gezündet, könnten sie das ganze Nydos-System mit Lava überfluten. Was meinen Sie, General? Gefährlich. Das könnte aber funktionieren. Das größere Problem sind aber immer noch ihre Flugeinheiten. Selbst wenn wir mit unseren Truppen vorstoßen könnten, wären sie ständigen Luftangriffen ausgesetzt. Irgendwelche Vorschläge? Die Aufklärung zeigt, dass 80% der Zergflieger auf einer verseuchten Plattform in niedriger Umlaufbahn nisten. Wenn wir die vernichten, haben wir die Lufthoheit. Verflucht, wenn die Plattform so wichtig ist, warum jagen wir sie nicht einfach hoch? Die Nester sind tief in der riesigen Plattform eingegraben. Detonationen an der Oberfläche reichen also nicht. Wir müssen mit einem Einsatztrupp landen und den Job von Hand erledigen. Ihre Entscheidung, Rainer. An dieser Stelle standen wir schon, bevor ich in Amerika war, denn da bin ich jetzt schon gewesen. Und jetzt entscheiden wir uns zwischen Anti-Mutiliscans und Nydoswürmern. Und ich denke, wir haben dann zwei Einheiten weniger. Also Brutlord und Mutiliscans. Ja, ne. Versus Nydoswürmer, die eh total easy sind. Dann greifen wir doch lieber die Plattform an. Sorry, Tychus. What's up, Bro? Okay, wir können uns um die Nydoswürmer kümmern, sobald sie an die Oberfläche kommen. Aber ohne Luftunterstützung haben wir keine Chance. Die Plattform muss weg. Wir sind extra hier runtergekommen, nur um jetzt wieder ins All zu fliegen. Ich wünsche, ich könnte mit Ihnen gehen. Machen Sie in die Hölle, High Srainer. Werde ich machen. Die Zergflieger nutzen diese alte Orbitalplattform als Operationsbasis. Eigentlich besteht sie aus verschiedenen kleineren Plattformen, die im geostationären Orbit zusammengesetzt wurden. Die Nester sind zu tief im Boden. Ein Bombardement könnte nicht wirklich etwas ausrichten. Die Gegend jedoch mit Bodentruppen zu säubern, könnte verlustreich sein. Adjutant, was hält das Ding im Orbit? Wird es mit Energie versorgt? Positiv. Thermale Anzeigen weisen auf eine extreme Hitze, die von den Plattformen ausgestrahlt wird. Die Kerntemperatur wird durch eine Reihe Kühltürme stabil gehalten. Sie sind trotz der Zergverseuchung noch funktionstüchtig. Perfekt. Das ist doch genau das, was wir gesucht haben, General. Wir landen also auf der Plattform und zerstören die Kühltürme in jeder Sektion. Das wird zu einer Kernschmelze der Reaktoren führen und die Zergs sind erledigt. Ausgezeichneter Plan. Sie haben ihre Berufung verfehlen, Rainer. Sie hätten einen hervorragenden Offizier abgegeben. Ich denke, ich bin genau da, wo ich hingehöre, General. Jetzt lasst uns loslegen und diese Plattform in die Luft jagen. Kerrigan wird uns keine zweite Chance lassen. Oh, yeah. Puh. Mein Aufmerksamkeit hat die Cutscene überstanden. Yeah. Da ist das Netz nämlich jetzt mal abgestürzt. Und ja, ich war jetzt inzwischen in Amerika. Es war eine richtig geile Zeit, Leute. Wenn ihr die Möglichkeit habt, macht es. Auch wenn es nur eine kurze Zeit ist, was weiß ich, zwei oder drei Wochen, macht es. Äh, ja. Und ich fahre jetzt fort. Wupp. Und äh, geht mal bitte ab, Matsch, was ist, hallo? Fällt euch ein. So. Sir, ich führe ein Scan durch, um die Position aller Türme orten zu können. Okay. Dankeschön. Fertig. Ich markiere die Turm-Cordinaten auf ihrer Karte. Ich loppe, du... Bis dahin. Verdammt, Jimmy. Das bewegt sich hier ja alles. Ja, klar. Sobald wir diese Kühltürme in die Luft gejagt haben, wird hier alles hochgehen und sowieso nichts mehr übrig bleiben. Warten! Und hier. Ja. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Nicht genügend Mineralien. Noch nicht hier. Und hier. Ich hab's ja langsam begriffen, ja. Ich glaub, da kommt dann gleich was. Was liegt an? Hier, ne, weil... BBF einsatzbereit. Aber sicher. Wir warten, bis wir 100 Supply haben. Das ist ja wichtig, ne? Dass wir 100 Supply haben, und wir irgendwo können sitzen können. Darf sonst noch was sein? Ja. Kaschinen laufen. Ja. Ich würd' sagen, wir könnten ja mal den ersten Anfluss zu wagen. Wird gemacht. So, dann gucken wir mal. Bestätigt. Kommandos wäre am besten, von diesen Tunnelangängen fern zu bleiben. Den Sensoren zufolge, sind sie zum Bersten voll mit Mutalisken. Beginne Bombardierung. Jawohl. Dann setzen wir mal auf dem Weg. Einen. 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 Und du. Und du. Geht's dann bitte mit. Und du. Und du. Kannst uns zu sehen. Und äh. Und gehst dann bitte auf dauerhaft reparieren. Tagschön. Zack. Bin ganz öh. Sack immer schön Wikingat macht jeder so Maschinen laufen dann was nicht passt, wird passen wir Macht So und bauen wir hier noch eine Raketen-Turme hin aber sicher und dann ... und dann die Drachen und ... Auf jeden Fall, ich war jetzt für gute drei Wochen in Amerika, ein paar Tage in Washington, ein paar ... nicht ... nein, ein paar Tage in Washington, ein paar Tage ... Das waren jetzt ungefähr drei Tage, die wir in Washington waren, ihr wisst Bescheid, wie es läuft und so. Und ja, ich fand, es war eine supergeile Zeit, ich will unbedingt nächstes Jahr oder so schnell wie möglich eigentlich sogar schon zurück, einfach, weil es so unglaublich gut war, es waren super nette Leute, alles, Amerikaner an sich sind super offen und sozial, das glaubt man nicht, also wenn ihr eure Stadt als sozial empfindet, verabschiedet euch in Amerika, es ist tausendmal sozial, also wirklich, ohne Witz jetzt, ohne Witzchen, das war nicht ohne, also, es waren alle super nett, Das haben wir super gerne auch was erzählt über ihr Land und, also, es zeigt einfach, dass, äh, es mag zwar ein bisschen Selbstdarstellung sein, Schlechte Neuigkeiten? Nicht unbedingt, aber, äh, man muss auf jeden Fall mal da gewesen sein, allein schon, ausprobieren, einfach, um mal eine andere Kultur mitzukommen zu haben, Und, das ist halt auch super, also, macht das, wenn ihr es könnt, bitte, macht es einfach, also, Auslandsaufenthalt ist das beste, was ihr machen könnt, wirklich, auch wenn's, äh, schweine viel Geld kommt, alles, was geil ist, schweine viel Geld, aber, beziehungsweise, schweine viel Geld kommt, Geld, und zwar viel, Mann, oh mein Gott, ... Also wirklich, Ausland, super, geil, äh, ich sag mal, ich sag's mal so, für die Modebewusste mit euch Klamotten sind da begegert, falls ihr's noch nicht wusstet. Kreuzer Einsatzbereit! Kreuzer Neu, Quack! Maschinen laufen! Brutale Randbrief, alle Geschütze! BBM Einsatzbereit! Pulverensieren Sie! Hier komm ich! So, wo ist wieder der Schilder-Wurm? Da ja! Hopp! Plattform Explosion! Mein Gott! Raus da, Sir! Alle Mann von Bord! Geschwärter Einsatzbereit! Unterwegs! Ich sollte gleich besser weggehen. Traus weg! Jetzt geht's euch! Bisschen weg! Ähm... Ja, also... Wirklich... Spray! Ein deutlich... Prägener als... ...so manch andere Sachen. Das geht in die Luft. Die Platzform wird jeden Moment explodieren! Uh hey! Wir haben was geschafft! Wir haben was geschafft! Wir haben was geschafft! Sie geht hoch! Bringt euch in Sicherheit! Hier! Und ich war bei einer richtig coolen Familie! Es hat super viel Spaß gemacht! Einfach mit denen rumzufahren! Und... Leute kennenzulernen! Einfach... Dere Kultur auch! Super! Alles... Alles tut die! Bei mir war... Es ist super! Wenn's bei euch nicht super war... Ich kann leider nichts dafür! Tut mir leid! Ich orte Anzeichen schwerer Luftverteidigung auf dieser Plattform! Ein Vorstoß am Boden wäre empfehlenswert! Okay... Vorstoß am Boden... Hier komm ich! Dann machen wir das mal... Aber... Wir brauchen jetzt erstmal einen... Ich... Wir brauchen jetzt erstmal einen... ... mit Career Engage... Ja, bitte! Weil... Die sind ja auch wichtig! So... ...so... ...durchgeladen und entsichert! Auf dieser Plattform befindet sich starke Bodenabwehr, Sir! So... ...durchgeladen und entsichert! Auf dieser Plattform befindet sich starke Bodenabwehr, Sir! So... Was haben wir denn noch mal? Wir haben noch einen BDF, der hier ne... ... kann ja nicht jetzt keinen... ... und dann wieder hier... ... sammeln zu gehen... So, ich schluss nur... Ich verlege, was wir dann als erstes machen... Ja, wir werden als erstes... Sie wünschen! Die ganze Luftabwehr... Zack... ... und jetzt hier... ... und dann... 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 ... hier wieder zurück! Dankeschön! Hier komm ich! Zack! Blasch ihnen laufen! So... ... dann... ... mal... Zack, 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 zack! ... und dann... ... und dann... ... und dann... ... die dritte... ... mal... ... nach... ... da... ... also... ... schnell... ... fast... ... das passiert! So... ... beginne... ... bombardierung! ... ... oh mein Gott, ... ich weiße... ... an... ... brutal... ... ... bin unterwegs! ... ... ach... ... wie aufregend! ... ... was auch immer! ... ... fick lieber ein Verleichensäcke! ... ... geschwader unterwegs! ... ... ... ... kommt noch was? ... ... ... ... ... ... So, wieder durchgehend mal durchgehend, zack, und hier, zack, 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 so, jetzt geht's rund, den Einheiten gibt's ja, jetzt geht's, tut die, beginne Bombardierung, erweiterung, fertiggestellt, ja, oh Mann, hier, komm ich, bin unterwegs, ja, ich mach einfach, auf dem Weg, auf dem Weg, und das ist fürchten Weg, wir gehen weg, oh, Maschinen, jetzt geht's noch, moroc, 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 moroc. Das sollte wohl reichen. Ich hoffe, ich meinte das. Jetzt zieht euch das Ding da an. Macht reinige Scheiße. Warnung. Unidentifizierter Zag-Organismus nähert sich. Größter bisher gemessener Organismus. Verdammt, das hat uns gerade noch gefehlt. Wir schießen das Ding am besten so schnell wie möglich ab, sonst kriegen wir ernsthafte Schwierigkeiten. Was zum Geier bist du? Der Zerg-Leviathan. Eine Art Kommandos. Das ist nämlich ein Teil der Hard of the Swarm-Kampagne. Und ja, ich würde sagen, dass wir den Part hier beenden und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und ich bin raus. Das ist nämlich ein Teil der Hard of the Swarm-Kampagne.